Ja, hi. Mein Name ist Ben und ich freue mich sehr, dass ihr die Headsets abgeschafft, dann kann ich mich nicht mehr verheddern. Ich erzähle heute zu einem Projekt, was ich zusammen mit meinem Freund und Geschäftspartner Matthäus mache, namens Podigy. Wir nennen das Ganze eine Podcast-Publishing-Plattform. Salopp könnte man auch einfach Podcast-Hosting dazu sagen. Und ja, ich würde also ein paar Themen, die jetzt so die letzten zwei Tage schon aufgekommen sind, ein bisschen aufgreifen wollen, aber keinen Nachruf oder Rant oder so, sondern mehr das Thema, was jetzt die letzten Tage auch gerade im Podlauf-Bereich relativ oft angesprochen wurde, die Hinkehr zur Einfachheit. Weil ich in letzter Zeit, wenn ich so mit Leuten geredet habe, die bei uns schon sind oder gerne zu uns wechseln wollten oder sich einfach mal anschauen wollten, was mir wieder aufgefallen ist, ist, dass die Leute tatsächlich Angst haben. Also die haben Angst vor der technischen Komplexität, Feeds, XML, RSS, da muss man sich darum kümmern, dass irgendwie alles valide ist und dass das irgendwie gut aussieht. Aber auch bei der Bedienung, also dass sie irgendwie Angst davor haben, dass sie zu viel Zeit mit der Technik brauchen und sich dann nicht mehr um die Inhalte vernünftig kümmern können. Und dann halt so banale Sachen wie Traffic, dass wenn der Podcast irgendwann mal mehr gehört wird, dass sie dann irgendwie bei ihrem Hoster an Grenzen stoßen und so weiter. Genau, und dieser Trend zur Einfachheit, da sehe ich bei uns einen entscheidenden Vorteil, weil wir sind schon einfach. Wir haben im Prinzip einfach angefangen und unser Hauptziel ist, wenn wir jetzt neue Features dazu bauen, dass wir das auch so halten. Sprich, wir optimieren darauf, dass die Podcaster bei uns zu schnellen Ergebnissen kommen. Das geht dabei los, dass, wenn ich mich anmelde, ich schnell dazu komme, dass ich meinen Podcast eingerichtet habe und vielleicht direkt schon die erste Episode online bekomme. Ein schönes Beispiel dazu hatte ich jetzt erst vor zwei Wochen, wo ich mit jemandem, der wollte unbedingt vorher mit mir skypen, bevor er sich anmeldet, weil er jede Menge Fragen hatte. Und dann eigentlich habe ich ihm eine halbe Stunde nur erzählt, dass er sich einfach anmelden soll und das einfach mal ausprobieren soll. Und nachdem ich aufgelegt habe, habe ich fünf Minuten später reingeguckt und da hat er seine erste Episode, die er von irgendwo anders schon mal hochgeladen hatte, online gehabt. Also es ist ein bisschen schwierig, den Leuten zu vermitteln, dass es vielleicht einfach gut ist, sich es einfach mal anzuschauen. Deswegen das direkt mal zum Anfang. Wie wir das erreichen, ist, dass wir erstens nicht viele Einstellungsmöglichkeiten bieten. Sprich, wir bieten nicht die Einstellungsmöglichkeiten von WordPress, wo für uns der entscheidende Vorteil liegt, dass wir das komplett in der Hand haben. Sprich, wir benutzen überhaupt kein WordPress. Das ist eine komplette Eigenentwicklung, die nur auf Podcasting spezialisiert ist. Sprich, wir konnten das Interface daraufhin optimieren, dass es eben so eine Art Workflow gibt, den man bei jedem Publizieren durchgeht und der sich, den man eben relativ schnell durchlaufen kann, wenn man die Daten schon vorliegen hat. Sprich, ich kann, wenn ich meine Episode mit den entsprechenden Metadaten schon vorbereitet habe, habe ich die, wenn ich einen schnellen Internetanschluss habe, um meine Folge hochzuladen, in wenigen Minuten so weit, dass ich auf Publish drücken kann und das Ganze geht online. Zweiter Punkt ist eben, dass wir dem Podcast eben noch mehr Arbeit abnehmen wollen, als nur die Folge online zu stellen und eben dieses Publizieren. Darum haben wir zusammen mit Georg Orphonic bei uns angebunden und zwar so, dass man noch nicht mal einen eigenen Orphonic-Account braucht, sondern es läuft alles über den Account bei uns. Sprich, ich lade bei uns, äh, bei Podigy, das rohe Audio-Format, irgendwie FLAC oder IFF oder wenn man ganz crazy ist, SWAV hoch, füge die Metadaten hinzu und wir jagen das bei Orphonic durch. Georg war da so freundlich, dass er uns so ein bisschen bei den Presets geholfen hat, ähm, dass wir die möglichst optimal hinkriegen und der Podcaster da eben nicht nochmal extra drüber nachdenken muss, äh, was will ich jetzt für Formate und welche, ähm, ähm, Encoding-Rate und so weiter. Ähm, genau, und eben auch die, die Audio-Algorithmen, die Orphonic da bietet, die sind da eben auch mit drin. Zusätzlich gibt's, ähm, wenn ich mir so einen Podcast angelegt habe, hat der automatisch, äh, eine Webseite und einen Feed. Beim Feed achten wir größtmöglich darauf, dass wir dem Podcaster nichts ermöglichen, dass er den kaputt machen kann. Das passiert Gott sei Dank auch sehr, sehr selten. Ähm, sprich, wir geben dem Podcaster so ein paar Sachen vor, die er unbedingt ausfüllen muss und wenn er den nicht ausfüllt, kann er das Ding auch nicht veröffentlichen. Ähm, also kaputte Feeds, wir hatten, glaub ich, mal einen und da hat irgendjemand aus nem Word-Dokument Sachen, äh, reinkopiert und das ist immer ne schlechte Idee. Ähm, genau, Webseite, wir bieten, ähm, drei verschiedene Themes an, die man aber beliebig anpassen kann, ähm, was teilweise auch ein Kritikpunkt ist, weil das leider sehr kompliziert ist, weil ich wirklich im HTML-CSS das Ding komplett umstylen kann, macht's aber natürlich für Anfänger deutlich schwerer, da irgendwie kleine Sachen zu verändern. Da wollen wir in nächster Zeit auf jeden Fall noch mal ran und da ein bisschen, ähm, Einfachheit schaffen, noch mehr Einfachheit schaffen. Ähm, dritter Punkt, eben diese Traffic-Angst, was passiert, wenn ich jetzt tatsächlich, ähm, berühmt werde und jede Menge Leute meine Folgen hochladen, äh, runterladen. Ähm, darum machen wir überhaupt keine Traffic-Limitierung. Wir bieten ein CDN an und wenn das Zeug bei uns hochgeladen worden ist, ist im Free-Account sowieso und wenn man einen, ähm, Bezahl-Account hat, ähm, sämtlicher Traffic mit drin und wir sorgen auch dafür, ähm, dass die Hörer eben immer konstant schnelle Downloads haben, egal ob es jetzt 10 oder 10.000 sind. Ähm, jetzt im letzten Jahr dazugekommen, wofür wir relativ lange gebraucht haben aus verschiedenen Gründen, ähm, sind die Statistiken oder bessere Statistiken, wir hatten vorher schon welche, aber die waren mehr schlecht als recht. Äh, jetzt sind wir soweit, dass wir sagen würden, dass wir zumindest vollständige Downloads, dass wir die nicht besser tracken können, also vollständige Downloads können wir einwandfrei nachweisen, ähm, wo wir jetzt dran sind, ist eben dieses Thema Streaming, sprich, wenn irgendwie die Podcast-App oder ein Webplayer, ähm, das Ding eben nicht komplett runterlädt, sondern immer nur Teile, ähm, dass wir das auch noch zusammenfassen und da versuchen, möglichst realistische Zahlen, ähm, bei den Downloads hinzukriegen. Und später zusammen mit, ähm, Statistiken aus einem Webplayer auf der Webseite oder eben aus, ähm, Projekten wie Podcare oder anderen Podcatchern, die dann vielleicht Statistikdaten zurückliefern, da auch tatsächlich, ähm, höheren, höheren in Statistiken nachzuweisen und nicht nur Downloads. Genau, auch, ähm, wobei es gibt's eigentlich schon relativ lange, aber es benutzen relativ wenige, weil es mehr so ein Pro-Feature ist, äh, sind die sogenannten Netzwerke. Ähm, Netzwerk ist eigentlich relativ einfach. Ich kann ein Netzwerk anlegen, füge beliebig viele Podcasts hinzu und die werden unter einer gemeinsamen Website zusammengefasst. Das lässt sich für relativ viele Sachen nutzen. Einmal, wenn ich eben tatsächlich ein Podcast-Netzwerk habe mit verschiedenen Podcasts oder wenn ich eben einen Podcast mit verschiedenen Themenbereichen habe. Den könnte ich so eben auch, ähm, ähm, in sowas unterbringen. Ähm, was jetzt in den Publisher auch reinkommt, diese Seasons. Bei uns wäre dann eine weitere Season einfach ein neuer Podcast, den du anlegst und fass den eben unter so einem Netzwerk zusammen. Ähm, das ist relativ flexibel und trotzdem sehr einfach, weil es einfach wirklich nichts anderes ist als Netzwerk anlegen, Podcasts hinzufügen und freuen. Das sind so die, die großen Sachen, die wir unterstützen. Ein paar kleinere Sachen sind dann noch sowas wie Collaborators, sprich ich kann beliebig viele Leute dazu einladen, ähm, meinen Podcast zusammen mit mir, ähm, zu editieren und zu veröffentlichen. Ähm, automatisches Social Sharing, sprich, wenn ich mein Twitter, Facebook und aktuell auch noch App.net Account eingetragen habe, wird automatisch, wenn meine Folge veröffentlicht wird, auch eine Nachricht auf die jeweiligen Services gepostet. Natürlich den Podlove-Subscribe-Button, äh, bieten wir an. Ähm, aktuell noch so ein bisschen in der Testphase sind Protected-Podcasts, sprich die mit einem Passwort geschützten Podcasts. Das ist so ein bisschen ein schwieriges Thema aus technischer Sicht, ähm, deswegen werde ich da jetzt nicht so drauf eingeben, da Fragen zu sind, äh, gerne. Äh, und natürlich einen Webplayer, ähm, womit wir eine super Überleitung zum nächsten Thema hätten, von dem wir jetzt tatsächlich auch die Tage schon gehört haben, womit ich nicht gerechnet hatte. Ähm, und zwar haben wir uns, ich habe, glaube ich, letztes Jahr damit angefangen, einfach mal so ein Experiment zu bauen, einen eigenen Webplayer, weil mir die Richtung beim Podlove-Webplayer letztes Jahr einfach überhaupt nicht gefallen hat. Ich habe da tatsächlich letztes Jahr nach dem, äh, 14 PPW, 14 B, habe ich da wieder mit aufgehört, weil ich dachte, okay, das sieht gut aus, was sie hier gezeigt haben und deswegen lag das jetzt die ganze Zeit so rum. Und dadurch, dass aber jetzt irgendwie ein Jahr so gut wie nichts passiert ist und vor allen Dingen auch Features, die, ähm, nicht nur ich, sondern tatsächlich auch von Kunden gewünscht wurden, einfach nicht drin waren, ist es jetzt dazu gekommen, ähm, dass wir erstmal was Eigenes gebaut haben. Der ist, ähm, der Player ist einbettbar, hat, äh, erweiterbar, sprich, ich kann, wenn jetzt neue Entwicklungen kommen, wie Transkripte oder so Sachen sind die relativ einfach darin einfügbar. Ähm, ein Feature, was unseren, was wir von mehreren Kunden bekommen haben, was bei so einem einbettbaren Webplayer total, ähm, sinnvoll ist, sind Playlists, sprich, ich übergebe ein Ding meinen Feed und habe eine komplette Playlist mit allen, allem, meinem kompletten Archiv und kann die direkt dort anhören, sprich, ich kann das Ding überall einbetten und habe quasi meinen kompletten Podcast da zur Verfügung. Und ich kann das Ding, ähm, beliebig Theme. Sprich, ich kann mir so ein ganz minimales Teil machen, das rechts ist so ein bisschen noch so ein crappy Beispiel, ähm, oder ich kann halt einfach nur die Farbe wechseln. Ähm, das sind so die Sachen, die das ermöglicht. Ähm, die Roadmap dabei sieht so aus, wir werden das jetzt so die nächsten ein, zwei Wochen, ähm, mit ein paar Leuten auf unserer Plattform erstmal testen, ähm, wie das so angenommen wird, gerade jetzt bei denen, die eben gerne diesen Playlist Support gehabt hätten, ähm, da, genau. Aber wir sind da ganz guter Dinge, also an sich, es läuft und sieht auch ganz gut aus, responsive ist er natürlich auch, sprich, auf Mobilgeräten würde er auch funktionieren. Ähm, wir haben so ein paar Experimente eingebaut, die erstmal nur, wirklich nur Testsachen sind, sprich, ich kann, ähm, das Ganze auf den Fernseher beamen, oder ich kann, was für, zum Beispiel Georg, äh, relativ wichtig war, eine Waveform anzeigen, was jetzt da der, immer so dieses, als großes, ähm, großer Vorteil dieses Soundcloud-Players, dass sie da so ein lustiges Hüpferding drin haben. Äh, der Subscribe-Button muss natürlich noch rein, wenn ich das Ding irgendwo auf einer externen Seite einbinden will, dass die Leute auch tatsächlich den, ähm, meinen Feed abonnieren können und eben das Rücksenden von Statistiken, sprich, dass ich tatsächlich, ähm, das Hörverhalten in dem Webplayer in meinen Statistiken sehe, sprich, welche Teile von der Folge werden angehört, ähm, und wie viele, erstmal überhaupt, wie viele Leute hören sich das Ding überhaupt dem Webplayer an. Ähm, zur Verfügbarkeit des Players, da gab's ja noch so ein bisschen, ähm, Missverständnisse oder Unklarheiten, ähm, erstmal wird das Ganze natürlich bei uns integriert werden, jetzt in den nächsten Wochen, um da so ein bisschen Beta zu testen. Prinzipiell ist das Ganze aber auch jetzt schon Open Source unter MIT-Lizenz, also wirklich freier geht's eigentlich nicht, ähm, verfügbar, sprich, es kann in beliebige Projekte eingebunden werden, ähm, kommerziell oder nicht kommerziell. Ähm, da wäre zum Beispiel ein Beispiel ein Podlove-Plugin dafür oder halt einfach ein WordPress-Plugin. Da werden wir dann mal versuchen, irgendwie Gespräche zu starten mit Leuten, die sich da auskennen. Ähm, und später, das ist noch so ein bisschen in der Schwebe, ähm, könnte man sich auch vorstellen, dass man da eine Hosting-Option, sprich, ich kann mir das Ding auf einer separaten Seite, ohne dass ich irgendwie einen Account brauche, konfigurieren mit einer Folge oder einem Feed und krieg dann eben diese Embed-URL, die ich einfach irgendwo benutzen kann, ohne dass ich jetzt explizit Hosting bei uns oder irgendwo anders habe. Das sind so die Verfügbarkeits-Optionen, die mir jetzt so vorgeschwebt sind. Ähm, genau, damit zurück zum, zum Hauptprojekt Polygy. Da sieht's so aus, dass wir jetzt eben in nächster Zeit den, den neuen Web-Player einbinden wollen, weil wir uns dadurch noch so ein bisschen, ja, mehr Flexibilität auch für die Podcaster versprechen, dass sie eben auch nicht nur unsere Webseite benutzen müssen, die mitkommt, sondern dass ihr das Ding eben auch in andere Webseiten, die sie vielleicht schon haben, auf WordPress oder auf, ähm, Firmen, CMSen, dass sie da eben die Möglichkeit haben, das Ding einzubetten und nicht erstmal den kompletten Metadaten-Wust nochmal duplizieren müssen, sondern dass alles schön im Player mitkommt. Ähm, genau, wie ich eben schon angesprochen habe, die Verbesserung bei der Statistik, dass wir auch Streaming besser erkennen und vor allen Dingen für den Podcaster in zugängliche Zahlen verwandeln. Personalisierte Feeds, ähm, da bin ich sehr froh, dass das von außen an uns herangetragen wurde. Ähm, wäre da gerne mehr zu müssen, weil ich sehr zeitkritisch gerade bin, ähm, können wir da gerne später nochmal drüber reden. Und, äh, Schnittstellen zu anderen Diensten, da fand ich jetzt zum Beispiel gerade die Präsentation von AudioGuide. Das wäre prinzipiell auch so ein externer Dienst, den man da anbinden könnte, dass wenn ich einen Podcast habe, der dafür relevant ist, dass man bei uns auf den Knopf drückt und das automatisch darüber geschoben wird und Rückmeldungen, wie auch immer geartet, da passieren könnte. Äh, weitere Anzeige. Ähm, oder eben auf Phonic, dass man aus auf Phonic, wenn man da schon einen Account hat, ähm, das automatisch bei uns publishen kann. Das wären so die, die Anwendungsfälle dafür. Ähm, zum Abschluss einfach nur ein paar, ein paar Podcasts, die Podigy nutzen, teilweise jetzt auch schon seit wir, ähm, im Februar 2014 angefangen haben. Ähm, und warum sie das tun, das ist nämlich ein Feature, was ich am Anfang nicht erwähnt habe. Wir haben anscheinend guten Support. Also wir bemühen uns da sehr, sowohl bei Fragen direkt zu Podigy als auch ums Podcasting im Allgemeinen, weil dadurch, dass wir uns sehr damit beschäftigt haben, wie das Ganze technisch funktioniert, ähm, eben an vielen Stellen einfach weiterhelfen können. Da tun wir unser Möglichstes. Damit, äh, kann ich die Folie überspringen, weil ich keine Zeit mehr habe und, äh, würde auf unsere, äh, Präsenzen im Internet verweisen und, ähm, ja, wen es interessiert, sprecht mich einfach an oder noch besser, meldet euch einfach an, weil wir haben einen Gratisplan, der es ermöglicht, äh, pro Monat eine Stunde Audio kostenlos bei uns zu veröffentlichen. Äh, sprich ich kann, ohne dass ich mich da jetzt irgendwie groß ausbinden muss, einfach bei uns reinschauen und, ja, finde hoffentlich gefallen. Damit, danke schön. Vielen Dank. Fragen dazu? Habe ich jetzt die Wahl zwischen eurem Player oder dem Webplayer, beziehungsweise beobachtet ihr jetzt die Entwicklung am Webplayer weiter und, äh, guckt, was da passiert? Genau, es wird natürlich erstmal so sein, dass wir, wir setzen aktuell den alten Podlove-Webplayer ein, das hätte ich vielleicht noch dazu sagen können. Ähm, in der Anfangszeit wird es so sein, dass wir natürlich beide anbieten, sprich ich kann dazwischen umschalten. Ähm, und, ja, ich habe natürlich immer noch die Hoffnung, dass der Podlove-Webplayer sich in eine Richtung bewegt, die uns passt. Also, es ist halt, es fehlen halt einfach essentielle Dinge für uns, ähm, ähm, und, ja, ich bin da auf keinen Fall abgeneigt, ähm, auch den neuen Podlove-Player wieder einzusetzen. Momentan ist es der, den du es gerade vorgestellt hast, der da angezeigt wird? Nee, aktuell ist es der alte Podlove-Player, wie, wie man ihn kennt und liebt. Weitere Fragen? Das ist gut. Okay.